Alles Gute BDTC! Happy Birthday BDTC! 75 Jahre bist du nun alt, 40 Jahre darf ich dich jetzt schon begleiten. Ich beglückwünsche alle Mitglieder dieses Clubs. Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Anlage, zu den tollen Mitgliedern. Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag! Ein Hoch auf den BDTC Grün-Weiß. Geburtstage soll man bekanntlich feiern und ein Dreivierteljahrhundert sowieso. Einen schönen Anlass zum Jubilieren haben daher auch die Mitglieder des BDTC Grün-Weiß Berlin. Denn der Verein darf sich über das 75-jährige Vereinsjubiläum freuen. Ich freue mich einfach, dass wir uns selbst feiern und ich freue mich darauf mit vielen, vielen Clubmitgliedern, mit vielen Menschen, die ich schon viele Jahre kenne, die ich vielleicht auch noch nicht so lange kenne, aber es ist einfach eine tolle Gemeinschaft und wir wollen uns einfach heute selber einen schönen Abend bereiten. Es ist ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Bei bestem Sonnenwetter begrüßt unter anderem der erste Vorsitzende Kai Döring neben Besuchern und Clubspielern ganz besonders einige angereiste Gründungsmitglieder und geladene Gäste aus Sport und Politik. Nachdem die sanierten Hallenplätze symbolisch enthüllt werden, genießen die Gäste die herrliche Club-Atmosphäre inmitten Berlins bei einem kühlen Getränk und Häppchen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Mitglied. Das heißt, ich war auch schon zur 50-Jahr-Feier hier. Und ich denke, es wird heute ein wunderschöner Tag und ich freue mich sehr. Es ist ein toller Verein, tolle Menschen und sehr verschiedene Menschen und ja, ich fühle mich hier einfach saugwohl. Während die Großen auf Altbekannte treffen und einen Blick in die Chronik werfen, toben die Kleinsten auf der Hüpfburg oder lassen sich von den Mitarbeitern von Radio Teddy mit Schminke in bunte Wesen verwandeln. Wir haben das halt erfahren, dass hier das Sommerfest ist und es ist ja mein Tennis-Club, deswegen bin ich hergekommen. Was vor 75 Jahren, sprich 1947, gegründet wurde, ist heute lebendiger Treffpunkt von vielen Mitgliedern mit zahlreichen Mannschaften, die in den verschiedenen Altersklassen auf nationaler und internationaler Ebene das Vereinsleben repräsentieren. Denn die gepflegte Club-Anlage verfügt über acht Sandplätze, vier Hartplätze, einen Kunstrasenplatz mit Quarzsand, einen Kleinfeldplatz sowie über drei feste Hallenplätze mit einem gemütlichen Clubhaus. Wir sind junge Mitglieder, seit ein bis zwei Jahren da und wir haben uns in dem Fall hier kennengelernt. Das ist ein unglaublich schöner Verein. Aber natürlich muss man auch sagen, dass wir nun seit vielen Jahren hier auf der Anlage sind und hart daran arbeiten, dass unsere Mitglieder Spaß haben und daran sollten wir weiterarbeiten. Gerade die Jugendarbeit wird beim BTTC Grün-Weiß Berlin besonders gefördert. Neben Trainingsgruppen in allen Altersklassen findet jährlich der BTTC Junior Cup statt. Ein weiteres Highlight ist das größte deutsche Rollstuhlturnier mit ITF2-Status, die German Open Wheelchair. Ich spiele sehr intensiv hier auch im Verein Tennis und deswegen freue ich mich einfach hier zu sein. Richtig festlich wird es dann abends bei der großen Feier im Clubgarten mit 200 Gästen. Für prächtige Stimmung sorgt die Big Band der Gustav-Heinemann-Oberschule. Nicht zu vergessen die Ernährung der Ehrenmitglieder und die Auszeichnung für Alessio Vazquez-Gerke, welcher vor kurzem seine ersten Weltranglistenpunkte bei den Herren erreichte. Der gelungene Tag wird von allen Genossen und viele verabreden sich schon jetzt für das nächste Club-Jubiläum. Die Leute sind nett, die Kinder und das ganze Umgebung, der Club, der Anlage. Wir bleiben nicht stehen und das ist was macht, dass wir uns wohlfühlen. Auch wir sagen natürlich herzlichen Glückwunsch auf weitere 75 Jahre BTTC Grün-Weiß. BTTC weiter so. Ich hoffe, dass die nächsten 75 Jahre genauso schön werden, auch in der Entwicklung, der Plätze, der Halle. Happy Birthday BTTC!